Herzlich Willkommen zum Lecturecast Willenserklärung. Die Willenserklärung ist der zentrale Bestandteil des Rechtsgeschäftes und ich glaube, das zeigt, dass die Willenserklärung eine sehr große Bedeutung hat. Willenserklärungen gibt es überall, beim Vertragsabschluss beispielsweise, Angebot und Annahme sind Willenserklärungen, aber eben nicht nur beim Vertrag, auch das Testament besteht aus einer Willenserklärung, nämlich des letztwillig Verfügenden. Wenn man sich die Frage stellt, was ist eine Willenserklärung, dann kann man und muss man den Begriff im Prinzip nur in seine Einzelteile zerlegen. Wir haben auf der einen Seite einen Willen und wir haben auf der anderen Seite eine Erklärung. Der bloß innere Wille ist also unbeachtlich. Wenn ich mir ganz fest wünsche, einen Vertrag abzuschließen, das allerdings niemandem sage, dann wird das kein rechtlich relevantes Verhalten sein. Das heißt, es muss also nach außen dringen. Aber es reicht natürlich nicht aus, dass irgendetwas nach außen dringt, sondern wir brauchen ein rechtserhebliches nach außen dringen und die Frage, wann eine Erklärung meines Willens, jetzt ganz unjuristisch gesprochen, eine Willenserklärung im juristischen Sinn und wann ist es ein bloß soziales Erklären und soziales Sichverhalten, das war lange Zeit umstritten, ist aber mittlerweile geklärt. Wir folgen der gemäßigten Rechtsfolgentheorie und die gemäßigte Rechtsfolgentheorie, die geht davon aus, dass mir nicht jede konkrete Konsequenz, rechtliche Konsequenz meines Verhaltens bewusst sein muss, aber dass mir schon klar sein muss, dass meine Erklärung mit Rechtsfolgen verknüpft ist, dass ich also, wie man sagt, mit der Anrufung der Gerichte bei Wortbruch rechnen muss. Dann ist es nämlich nicht nur ein Wortbruch, sondern dann habe ich meine Willenserklärung gebrochen. Wenn ich mich also mit jemandem vereinbare zum abendlichen Joggen oder zu einem Kinobesuch und dann komme ich nicht, dann ist das ein Wortbruch, aber ich habe keine Willenserklärung abgegeben und habe deswegen auch eben keine Willenserklärung und keinen Vertrag gebrochen. Das nennt man, wie gesagt, gemäßigte Rechtsfolgentheorie und ist in der Praxis im Wesentlichen in aller Regel nicht problematisch. § 863 ABGB sagt uns allerdings noch näher, welche Formen der Willenserklärung es gibt und er unterscheidet zwischen der ausdrücklichen und der stillschweigenden Willenserklärung. Ein Synonym für die stillschweigende Willenserklärung ist die konkludente oder die schlüssige Willenserklärung. Ausdrücklich ist nach § 863 Absatz 1 eine Erklärung durch Worte oder allgemein angenommene Zeichen. Wenn Sie mir anbieten, Ihr Auto um 10.000 Euro zu verkaufen und ich sage darauf ja, ist das eine ausdrückliche Willenserklärung. Ebenso wie wenn ich mit dem Kopf nicke auf Ihr Angebot. Das sind bei uns allgemein angenommene Zeichen. Das ist also recht einfach. Schwieriger ist die stillschweigende Willenserklärung. Hier geht es nämlich darum, dass ich nicht durch Worte oder allgemein angenommene Zeichen meinen Willen erkläre, sondern dass aus dem Gesamtverhalten zu schließen ist, dass ich auch meinen Willen erkläre. Und der Gesetzgeber sagt, dass kein vernünftiger Grund übrig bleiben darf zu zweifeln, wenn das eben ein gewisses Verhalten gemeint ist. Wenn ich mein Auto auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz abstelle, dann setze ich ein Verhalten, das nach außen dringt. Primär möchte ich mein Auto abstellen. Aber wenn mir klar ist, dass der Parkplatz ein gebührenpflichtiger ist und ich mein Auto dort abstelle, dann sage ich damit nach außen oder gebe damit nach außen Kund, dass ich einverstanden bin, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Es liegt eine schlüssige, eine stillschweigende, eine konkludente Willenserklärung vor. Jetzt müssen wir die Willenserklärung noch von anderen Formen des privatrechtlichen Verhaltens abgrenzen. Die Abgrenzung ist ein bisschen begrifflich. Sie müssen das eher als Lernen von Faktenwissen sehen, das Ihnen dann bei mündlichen Prüfungen sehr gut weiterhelfen kann. Es geht um vier Abgrenzungen. Die Abgrenzung der Willenserklärung zur Willensbetätigung, zur Willensmitteilung, zur Wissenserklärung und zum Realakt. Bei der Willensbetätigung geht es auch um einen rechtlich relevanten Willen. Allerdings erkläre ich diesen Willen niemandem, sondern ich betätige ihn nur. Das heißt, es tritt schon etwas außen, aber nicht in Form einer Erklärung, die zugeht. Die Derelektion eines Gegenstandes, der mir gehört oder die Okkupation einer herrenlosen Sache. Die Rechtsfolge, deswegen ist es ja ein privatrechtlich relevantes Verhalten, ist bei der Derelektion, dass ich Eigentum verliere. Bei der Okkupation, dass ich durch Willensbetätigung Eigentümer werde. Die Abgrenzung zur Willensmitteilung ist auch noch relativ einfach. Denn bei der Willensmitteilung geht es sehr wohl darum, dass ich einen Willen erkläre, jemanden anderen einen Willen erkläre. Allerdings ist der Wille auf Tatsächliches gerichtet. Wenn ich als Gläubiger von meinem Schuldner Zahlung verlange, dann will ich Geld sehen. Aber ich löse damit auch eine Rechtsfolge aus und zwar den Zahlungsverzug. Also der Schuldnerverzug kann in manchen Fällen ja durch Mahnung ausgelöst werden. Das heißt, diese Willensmitteilung ist rechtlich relevant, aber sie ist eben keine Willenserklärung, weil mein Wille auf bloß Tatsächliches gerichtet ist. Die Wissenserklärung, dort geht es darum, dass ich einen faktischen Umstand mitteile. Ein gutes Beispiel dafür ist die Rüge beim beidseitigen unternehmerischen Kauf. Hier teile ich als Käufer dem Verkäufer mit, dass die Ware defekt ist. Und diese Erklärung über Tatsächliches löst allerdings auch Rechtsfolgen aus, denn sie erhält mir nach § 377 UGB meine gewährleistungsrechtlichen Ansprüche. Und beim Realakt geht es überhaupt nicht darum, dass ich einen Willen habe. Es geht auch überhaupt nicht darum, dass ich jemandem etwas erkläre oder mitteile, sondern es geht um ein tatsächliches Verhalten, an das die Rechtsordnung aber trotzdem Rechtsfolgen knüpft, beispielsweise das Malen eines Bildes. Damit möchte ich vielleicht niemandem etwas erklären. Das ist nicht Ausdruck meines rechtsgeschäftlichen oder rechtserheblichen Willens, sondern es ist ein tatsächliches Verhalten. Aber wenn das Werk urheberrechtliche Werkhöhe erreicht, dann genießt es auch urheberrechtlichen Schutz. Sch Sterne. So, dass ich mich aller Fingen verw Long, dass ich nicht mehr an